servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal the world of warcraft the war within ist jetzt seit ein paar tagen draußen und zeit genug uns an dieser stelle mal eine kleine statistik anzuschauen denn es gibt inzwischen erhebungen welche klassen auf stufe 80 am meisten repräsentiert sind und welche eben nicht oder anders gesagt welche klassen haben die leute bock darauf auf 80 zu spielen und welche sind eher so ein rohr kreppierer wobei rohr kreppierer klingt vielleicht zu hart aber was sind vielleicht klassen die nicht so gut ankommen und die eher weniger gespielt werden das wollen wir uns in diesem video anschauen ansonsten nochmal ein dickes dickes dankeschön an euch wir sind knallhart auf dem weg zu 26k abonnenten wie wir uns das als ziel vorgenommen hatten also wenn ihr noch nicht abonniert habt gerne mithelfen und damit gehen wir rein das ganze stammt von der seite data of for azeroth und ist am ende ein kleiner breakdown wir können hier sehen max level only das unterscheidet sich dann schon noch mal ein bisschen zu über alle level hinweg da können wir jetzt angucken auf level 80 welche klassen werden am meisten gespielt man kann das dann auch noch theoretisch aufdröseln in horde und allianz also was ist da beliebter da sehen wir ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen man kann auf die realms das ganze ein bisschen gucken wo sind mehr chance aber letzten endes uns interessieren die klassen und hier sehen wir im vergleich zu all levels da ist es halbwegs nicht ausgeglichen aber die sprünge zwischen den einzelnen klassen sind nicht so groß während hingegen ich hier der paladin definitiv dominant 13 prozent aller leute die einen char auf max level haben spielen den als paladin danach kommt der droide mit 10,9 prozent und was ich noch sehr sehr interessant finde das würde ich gerne noch mitnehmen das alter des accounts 41 prozent aller hier gemessenen spieler haben einen account der 15 jahre und älter ist also wir sehen es der an oder der anteil einen neuen spielern in world of warcraft ist wirklich sehr 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 gering die meisten leute die das spielen wenn wir jetzt nur mal zehn jahre und mehr reinnehmen haben wir über 60 prozent der leute die aktuell spielen sind schon zehn jahre und länger dabei sogar äh sogar fast das sind sogar knapp sie fast 70 prozent also wo w ist was das sieht vor allem glaube ich die älteren spieler an die damit aufgewachsen sind die darauf bock hatten und jüngere leute sehen wir hier wobei man dann natürlich auch immer sagen muss kann auch sein dass jemand seinen account verloren hat und sich deswegen einen neuen erstellt hat und so weiter aber tatsächlich die meisten sind alte füchse die hier noch unterwegs sind finde ich sehr interessant zu sehen damit danke an euch fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit und reingehauen bis zum nächsten mal Vielen Dank.